herzlichen willkommen zu einer weiteren folge der frische marsch ich mache kurze pause spiel läuft weiter die fälle reif ok nichts zu ändern jetzt geht es erst mal zur richtung feld 25 so dünner teuer auffüllen dann schauen wir ganz kurz nach weit gras schon reif ist ist auch schon sehr reif jetzt habe ich vier felder vor wir gut was soll's das heißt es haben wir stram zu tun vor das programm heißt dünnen und dann die ernte anspalten nebenbei noch gras mähen gras mähen kann er nebenbei machen kein grund zur panik auch nachts ja wir es nicht schlafen können das wird nicht gut sehen so und hält bleibt nicht so dunkel wird das heißt den kurs löschen und einen neuen berechnen wir reichen zwei aus zurück wenn man sehen wo fangen wir an so blöd die vorne anfangen einmal neu scharf ach so genauso besser einstellen so ist gut 25 bei jetzt kann er nachwachsen und arbeiten den brauche ich zum gras bänen auffällt 15 haben hier schönes licht ist hier mal raps drinnen und zwar am nächsten gewesen bäume siehst du nix baumwolle waren gefällt er gewesen nur die gas geben jetzt mehrere aufgaben einmal wenn sich die rundballen presse gut macht bei gras bei bei strau dann können wir die quader ballen stellen wir hier ab mehrwerk anbauen und gleich zum feld 15 gras bänen so gas geben so so drei bahn ist gut auf 10 beginnen auf feld rein und das tümpelt nicht 840 was gewinnen ganz andere geschichte so rund aber unkraut ist nicht da Verlade ich richtig. Ne, ne, so muss man arbeiten. Ne, so muss man arbeiten. Ne, so muss man arbeiten. Well, man kann das nicht richtig an. Achso, ich stelle mal nur L ein, 8,40 Meter. Man kann das nicht richtig an, 8,40 Meter. Vielen Dank. Schon komisch. Na gut. Das klappt jedenfalls erstmal. Zwei Mal zum Hof. Und dann gleich Anhänger nehmen. Und dann geht gleich los. Dann können wir gleich mit Feld 13 beginnen. Oh. Oh. Da dem wir. Ja. 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 Eigentum. Müdigkeit. 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 so lieben freunde das soll es für die frau gewesen sein mit dem neustart der neuesten folge der neuen folge starten mit der ernte auf feld 13 dann seid mal schüß um den gewinkel ich hoffe wir sehen uns wieder in der nächsten folge dein was das ist du 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 Untertitelung des ZDF, 2020